Musik Das war wirklich ein Rumpfragen. Und dann hat halt wesentlich mehr geklappt, als wir gedacht haben. Das war erstmal so, probieren, einfach antesten. Und damals hat Miriam Brüger noch bei La Stoll gearbeitet, die halt so Kontakte hat und hatte. Und die hat dann im Grunde genommen dieses Album Themenläden zusammengestellt. Also das ist schon die Hauptarbeit, lag da von ihr. Also wir haben dann natürlich gesagt, ja der Mix ist gut oder das ist doof oder sowas. Aber die Kontakte und die Vorschläge kamen schon von Miriam. So ist das zustande gekommen. Willkommen Damen und Herren zum Thema Themen des Tages. Menschen sind nur Versuchskaninchen für Aliens. Christine hat ihren Nagellack vergessen. Und es gibt neueste Forschungsergebnisse vom Hatschi. Gesundheitsminister. Rauchen ist gesund. Kindersex soll legalisiert werden und die neueste Diät, Crack-Diät. Schlank und rank ein Leben lang. Um so ein bisschen wegzukommen von so einem Blut-und-Erde-Rock-Mythos, wo immer alles so ehrlich handgespielt ist. Und das reicht dann auch schon, um gut zu sein oder so. Wir haben dann nach der Themenläden und dann haben wir dann nachher nochmal so andere Sachen gemacht, probiert irgendwie. Da gab es noch so einen Trümmer-Remix, glaube ich, und so. Und irgendwann hat man gemerkt, das ist jetzt schon ein bisschen viel. Und das ist also immer nur um das Remixens. Das bringt es irgendwie nicht. Das muss schon ein bisschen mehr Sinn machen. Und dann haben wir erstmal gesagt, jetzt keine Remixen.